HotDrop, H3, in die Olga. Sprich, das Goldene wurde wieder aufgewertet mit dem verbesserten Heal. Genau. Und da komme ich kurz zu den Patch Notes, bevor es das Gameplay gibt. Es gibt eigentlich nur ein paar kleine Änderungen, was ich hoffe. Die Serverstabilität wurde wohl verbessert, was auch sehr nötig war, weil in letzter Zeit ist es wirklich sehr oft abgeschmiert und hat sehr oft geleckt. Das Erscheinungsbild Mara Holospress wurde angepasst. Okay, eine unpassende Caustic-Stimmlinie wurde entfernt. Dann Devotion und Volt. Audios, dass man die Audios nicht gehört hat, wenn die Waffen geschossen haben, wurden entfernt. Es gibt so ein paar kleine Bugs mit der Rampart noch. Zum Beispiel, dass man mit der Sheila Ramparts Ultimate quasi durch die Kuppel von Gibraltar schießen konnte. Und, und, und. Auch mit Replikatoren. Da muss ich nochmal selber schauen. Wir könnten gestern zum Beispiel mit dem Replikator gar nichts craften. Ging gar nicht, obwohl wir die Punkte hatten. Aber ich muss hier halt nochmal schauen, ob es da so ein kleiner Bug war oder ob das ein kleiner Fail war. Ja, gut. Ich blende euch die ganzen Patch Notes ein. Könnt ihr durchlesen. Ist leider alles nur noch auf Englisch. Macht der Stopp. Tut es übersetzen. Und würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Und ab geht's. Ja, ich hatte nicht gehofft, dass ich noch... Oh, Granate. Ja, ja. Oh, der hat ganz gut gefressen. Der ist ja noch nicht ganz. Bisher ist einfach trocken, eigentlich. Da sind die da hinten. Ja, ja. Sturm, die Bude. Stürmen. Ja, man ab. Oh, der hat nochmal gut gefressen. Oh, die Missionen, da ist mich auch nicht ganz schnell. Oh, nicht hinkommen, ne. Juckt mich nie. Na, dich nie. Juckt mich nie. Einer brennt, Einer brennt. Einer, das Tier kommt da raus. Der heu, nur doof. Ich muss schnell schüllen. Das sind wiederbelemmen. Besten Sturm wollen die. Immerhin hier rein. Immerhin hier rein. Der hat alles vergast. Wissen da alle tot. Wohin sind sie, ne? Die 7 noch halt. Oh, wir gehen rein. War dann hier drinnen alle weg. Haben wir zu Krieg gesichtet. Wohin sind sie jetzt die Hardcore-Typen? Ne, das ist Strom ja alles. Ich tue mal scannen. Wieder unten läuft einer. Ja, ich weiß schon. Hey, Kunde, down. Wow, geht die Hemlock. Nein, Kunde. Oben, hin, schon. Oben, der hat One-Shot. Down. Kunde, wow. Was sind denn hier, Kunde? Ja, sind denn Kunden zerlegt? Ich sag doch, Kunde, das will mir kein Schwein glauben, die Hemlock-Einzelschuss. Das ist deine Stimmbomben hier, oder? Ja, ja, meine. Aber wer ist ja, wenn die dann sich verboykartieren und wir müssen... Ja, wo ist halt drei Gegner-Squats, ne? Und hinten kämpfen zwei. Die anderen Worten hier davor bestimmt. Ja, machen sie auch. Oh, ja, okay, danke. Wo? Irgendwo geradeaus. Close. Gegner gesichtet in der Nähe. Oh, gar nicht getroffen mit der Hemlock, danke. Ich hab ja im Geschiss, da ist immer hier hinter uns, dann kommen die anderen. Oh, schießen die anderen hier, oder? Oh, der hat nochmal neue Flüssigkeit. Oh, der hat für mich über 80 gefressen. Stück gebrochen, aber dem oben auf den Dach. Nochmal. Die Sicherheit ist nur einem Fallschuss entfernt. Und redet unten in der Lang. Oh, der ist 50, der ist ja down. Wir treffen ihn. Wo, 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 wo? Ist er halt hintergerannt? Der ist auf das Ding, ja, genau. Der braucht bestimmt Zeug. Na ja, da hat man schon. Wir wollen alle nicht mal viel haben. Wir müssen nur das probieren, das mal, wir müssen irgendwie noch. Ach, irgendwie nach vorne. Der nächste redet Oli lang. Na gut, der Lass uns. Der Ring schließt sich, oder? Auch die Tüte sind alle da drinnen im Haus. Ja. Wie hast du so ein Schild stehen, da kannst du nicht, oder? Sind wir aber nicht drin. Scheiße, hier unten, die Bude ist drin, aber auch. Ich glaube auch schon mal hier, bin ich am Rand. Oder sind diese drinne? Ena ist, erinnern das Haus. Die kommen. Aber wir müssen rein, das gehen nicht. Aber du hast doch den Steam-Bomben dann, oder? Ja, ja. Na ja, ich rutsche einfach runter. Mach auf die Bude. Ena, down. Hier, rechts in der Ecke. Ena. Ops, down. Hinter mir haben wir noch Ena. Zweig geholt. Wo sind die anderen? Irgendwo runter vom Haus. Aber beim Jochen. Hinter dem Jochen, hinter dem, hinter dem Jochen. Ja, ja, ich bin jetzt gern. Ah, ich bin in die falsche Richtung dran. Reiler, was machst denn du? Nee, in die falsche Richtung. Rennen. Ich stehe unter Beschuss. Ich habe einen Gegner erledigt. Kein, direkt hier. Ja, das ist so easy. Ja, das ist so easy.